die sollten sich mal auf einer seite sammeln die können mich da oben sogar treffen ist nicht gut gar nicht gut ich kann einmal versuchen einzutreffen aber das macht viel zu wenig schaden so weg ok was ist das für ein viel zu viele sachen das sind stacheln ist ja auch super toll kein zombo sehr schön auch sehr schön levelübergang du bist gar nicht da also du kleines auge und ich bin der hölle und kann hier lebenspunkte fahren das ist echt verkehrte welt also bisher jedenfalls den raum mache ich nicht das ganze knicken aber hey ich gucke seit langem mal wieder auf die gold anzeige und wir sind fast bei 8000 das ist doch schön jetzt hätte ich gern den boss raum um da noch mal fleisch abzugreifen haben hier drei von den dinger okay oh oh hier kommt weg oben ist ein auge irgendwo oh genau reingestraft nicht schön na gut räumen wir erstmal von unten auf so kaputsch lehmes punkte sind bei 40 prozent rum also die augen sind auch hier one hits das heißt es hängt nicht mehr davon ab in welchem gebiet die gegner sind bist du ein richtiges mein erster quantum translocator entwicklungsphase ein monat release datum 11 oktober 2010 ja das sind informationen über ein spiel das einer der entwickler gemacht hat das interessiert mich jetzt nicht ich muss töten da kommen wir hier rechts geht es weiter kein schaden nehmen nö 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 den raum meine ich das müssen jetzt durch diesen raum hier durch jetzt haben wir noch mehr freie radikale quasi jetzt haben wir hier sehr 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 schön da passt volle lebenspunkte wo ich liebe den hokage so weiter rechts waren raum der wirklich wirklich nervig war gucken wir mal ganz kurz das ging doch noch ein hühnchen ich wollte schon sagen irgendwo kommt bestimmt so ein zombo aus dem boden oh und die ninjas brauchen drei treffer inzwischen ja die könnten problem werden ja so so 10.000 gold gleich 11.000 und bossraum das war der schleim boss ne mit dem spalten retribution ich will dieses doofe retribution zeug gar nicht 12.000 gold das ist kein schöner raum und wir haben nicht mehr so wirklich schöne räume wir könnten versuchen in den wald zu kommen und in den turmen und in den turmen aber wir haben ja kein teleporter in der nähe oder wir versuchen jetzt mit 300 lebenspunkten den boss ne das war viel zu hektisch der boss das schaffen wir nicht äh von hier aus nach rechts also erstmal dreimal nach rechts um zu gucken dreimal nach rechts um zu gucken was hier im raum ist und danach einfach nur in diesem gebiet hier nach ganz oben okay das war jetzt einfacher als gedacht so hier rechts war ne trube warum bin ich hier nicht reingegangen deswegen okay das könnte es erklären vor allem die knochen fliegen ganz schön komisch das muss irgend so ein boss typ sein oh genau und du musst einfach ganz schnell sterben so schon sehen die lebenspunkte ganz und gar nicht mehr gut aus aber es gab ne menge gold 17.000 haben wir gleich oh und du bist gar nicht echt du bist ja bloß ein dummeres so also ja 17.000 gleich das ist vollkommen okay was war hier links tot wahrscheinlich obwohl wir haben doch die okay habe ich dash ja habe ich oh sehr schön sehr schön 18.000 gold kann ich mir ja ihr seid ja immer noch da ich wollte gerade sagen kann ich mir irgendwie kaufen dass ich durchgehend hokage als charakter bekommen wäre da ein bisschen zu ein ich habe auch ihr seid alle da und könnt mir wehtun also muss ich schnell weg so ihr könnt mir auch wehtun und das ist ein sehr garstiger raum und ich bin tot und aber es dürfte eine schicke killlist sein genau anderthalb rein voll und ne menge menge gold wir haben ein archmage ein space horde ein barbarian queen bei der gegner nicht weggeschubst werden nö einmal neu archmage paladin und assassin ich glaube ich nehme paladin auch wenn die fähigkeit doof ist also das schwert archmage der wird sowas von schnell umkippen so so schnell umkippen na gut hilft nix so 18.000 gold was wollen wir noch machen mehr lebenspunkte ne warte mal kurz ausrüstung gucken ich glaube da hatten wir nur dieses ganze retribution zeug genau weniger schaden weniger rüstungsklasse dafür mehr damage return also 50% haben wir haben wir nix neues retribution cape weniger rüstung dafür mehr damage return ne 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 runen hatten wir wir könnten die gegner mal schwächer machen aber dann müssten wir gleich mehr rum benutzen weil eine wird da nicht viel ausrichten denke ich und wir haben nur ein einziger mehr die fähigkeit die jetzt drin ist ist eh nicht so toll Also Mana und Lebenspunkte finde ich jedenfalls. Ich hätte mir lieber mehr Lebenspunkte. Aber ohne das hätten wir wahrscheinlich schon öfter Situationen gehabt, wo wir keine Mana hätten. Nee, komm, das bleibt so. Wir verbrutzeln jetzt die 18.000 für Angriffskraft. Nichts anderes als Angriffskraft. Damit wir endlich, endlich mal durch das erste Level kommen und nicht fünfmal auf einen Gegner schlagen müssen. So, und jetzt erhöhen wir noch unseren magischen... Crit Damage? Crit benutze ich fast gar nicht. Magischen Schaden erhöhen. So, 1206 Münzen. Das müsste völlig okay sein. Kronen sind okay. Umhang ist okay. Schleife ist okay. Rein töten. So. Also Paladin müsste mehr Schaden machen als der Dabar. Müsste mehr Schaden machen als die Spielung hätte. Aber bei weitem nicht so viel Schaden wie der Okage. Gucken wir mal. Zwei Schläge. Das ist vertretbar. Drei Schläge ist nicht so toll, aber ist immer noch okay. Das geht ja schon fast jetzt mit den drei Upgrades. Okay. Oh. Oh. Das sollte ein bisschen vorsichtiger sein, was die Raumwahl angeht. Aber gut. Jetzt ist es schon weit genug. So. Na komm. So ein Fickselchen Lebensüberg. Genau das meinte ich. Das ist immer so nervig. Gut. Gut. So. Und wir haben 555 Lebenspunkte. Das ist doch schon mal dezent besser als die 330 oder was war das? Von dem Okage? Kam besser mit Arbeiten. So. Was hat das hier mit den Feuerbähnen auf sich? Links wird geschossen. Rechts wird geschossen. Links wird geschossen. Rechts wird geschossen. Links wird geschossen. Das ist ja echt einfach. Okay. Rückwärts vielleicht aber nicht. Oh. Ja okay. Jetzt werde ich einfach die Füße still gehalten. So. Der Raum ist clear. Gucken wir mal links. Oh. Das war knapp. Der war gerade dabei zuzuhauen. Genau. Das da. Komm ran. So. Zing. An dich kommen wir nicht. Öööö. So. Hier ist gar nichts. Okay. Oh. Ich hasse diese grünen Plattformen. So. Zing. Zing. Ähm. Ja. Gucken wir mal oben weiter. Oh. Wir können allerdings leider noch keine Augen one-hitten. Das wäre somit mein Hauptziel. Oh. Weg, 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 weg. Und hier könnte ich jetzt was über diese Spieler fahren. Aber das will ich auch nicht. Ich muss töten. Oh. 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 Komm. So. Stirb, stirb. Rutsch vorbei. Stirb, stirb. Ne. Wir brauchen noch ein, zwei Upgrades für Angriffskraft. So ist das noch nicht genug. Ist ein guter Weg. Guter Anfang. Aber noch nicht genug. Also entweder das oder ein ordentlicher Schwert endlich. Mit einfach nur mehr Angriffskraft. So ein Drachenschwert wird bestimmt ganz toll. Oh. Zack. Oh. Das ist ein Gegner. Und dieses fotografische Gedächtnis zeigt auch an, wo Gegner sind, wenn sie noch gar nicht bewegt haben. Also die Doom-Wasse hier zum Beispiel. Kerrott. So. Also die werden schon auf der Mini-Map angezeigt als roter Punkt. Was schon mal recht praktisch ist. Hopps, hopps, hopps. Ich könnte wirklich gut ein Hühnchen gebrauchen. Demnächst. So. Komm her. So. Da zum Beispiel ist einer. Ich sollte es nicht mit einem Zauberspruch machen, sondern einfach mit einem Schwert. Das macht doch dezent mehr Schaden. Oh. Da hättest du mich gar nicht treffen sollen dürfen können. Zing. So. Also ja. Hühnchen wäre echt toll. Warum sind wir jetzt schon beim Maya-Gebiet? Und du bist so ein super Blümchen. Ähm. Achso. Die kommen gar nicht durch. Okay. Umso besser. Oh. So. Kaputt. Komm her. So. Aber warum haben wir das Gebiet nicht gefunden, wo der Übergang normalerweise ist? Wo die Statuen sind mit den Lebenspunkten und all dem Bild. Komisch. Okay. Ich gehe einfach mal wieder Richtung unten und hoffe, dass ich so irgendwie wieder zurückkomme. Kein Schaden nehmen. Okay. Hier geht es nicht weiter. Nein. Wow. Das waren viele. Yikes. Eigentlich wollte ich in die vollkommen andere Richtung. Aber ich werde irgendwie von den Geschossen hier hingelenkt. So. Okay. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020